Ich bin Alexander Gruse, ich bin studentische Hilfskraft in der allgemeinen Studienberatung und Student an der HU, ich studiere Grundschullerend. Studenten kommen zu uns mit den unterschiedlichsten Anfragen und wir versuchen da irgendwie ein wenig Ordnung ins Chaos zu bringen und die Leute zu versorgen, weiterzuleiten an die richtigen Stellen. Was ich jetzigen Erstsemester mit auf dem Geht geben würde, wäre erstmal keine Panik. Ich weiß, nach zwölf Jahren Abitur ist man angehalten, alles sehr schnell und zügig zu machen. Es wirkt alles sehr groß, sehr voll, sehr unübersichtlich. Es gibt sehr, sehr viele Beratungsstellen. Es gibt sehr, sehr viele gute Leute, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nicht verzweifeln, nicht schlechte Laune bekommen, nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn mal etwas nicht klappt. Es gibt immer Auswege und unglaublich viele Möglichkeiten, sich Rat zu suchen. Wichtig zum Anfang des Studiums, zum Anfang des Wintersemesters finde ich die Einführungsveranstaltungen, die wir zum Teil mit betreuen und dann aber auch die Institute später. Da wird alles nochmal im Detail besprochen. Wie mache ich meinen Stundenplan? Welche Praktika muss ich machen? Je nach Fach ist das sehr unterschiedlich. Da tun sich sehr, sehr viele Fragen auf und wir versuchen da größtmöglich den Studenten zu helfen. Befürchtung bei den Mitteln.